Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt mal wieder verrückte japanische Werbung und ich würde sagen, wir legen sofort los in 3, 2, 1, let's zzzz 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 go! Scheiße, ich bin vorher professionell mit denen. Kommentieren und allen drum und dran. Auf jeden Fall Schweiß. Ich bin der Schweißteufel. Ja, Mann, wie cool das ausschaut. Sau cool, das sieht er unbedingt aus. Handyspiel, alles klar. Ich wollte mir auch in Japan dann geile Apps runterladen, so von den Spielen her. Da wurde mir sauviel geiles angezeigt, aber mit Google Play Store hat es nicht zugelassen. Also ich hätte einen japanischen Account machen müssen. Aber ich hätte ja eh nichts verstanden, ne? Wahrscheinlich vorher erst. Guck mal, da so zackt doch! Ah, alles klar. Pepsi. Dinosaurier, Pepsi. Also was haben die mit Chien? Ja, Tokiwori, ja. Ultraman Festival! J-Word, Tokio. Oh, cool. Kalkan! Kalkan! Neko, Neko! Weißt du, schon wieder, das ist halt die Tierausgabe, oder was? Aber es ist doch cool, wie du hast den Raum, ne? Sunrise. Und schon wieder Hunde, schau mal. Ja, das ist cool, ey. Das muss man echt mal nachmachen. Ah, das sieht ja besser aus, als mit Abendessen, was ist denn los? Krass! Hahaha, mir ist es freundlich. Zauberer von Oz, okay. Ok, das ist schon sehr amerikanisch angehaufft, ne? Das merkt man schon. Das wiederum überhaupt nicht. Kommt, oh, her, kommt, hierher, wir tanzen. Ich glaube, das ist für Hotel irgendwo an einem Strand. Und hier auch. Ja, wie cool ist sowas, ey. Hab ich mal in Ägypten gesehen, so eine. Richtig geil. Hat er nicht voll Angst, dass ich mit anderen zusammenstoße auf den, äh, Ding? Wer hat Angst vor schwarzen Schoko-Muffin? Ist ja schon so Mini-Brownies. Ist ja schon so Mini-Brownies. Okay, aber auch natürlich fast alles auf Englisch gesagt, ne? Ja, ABC-Mark. Ist der Donut mit Hello Kitty? Das tut ja ausschaut, ne? Ah, der schon wieder. Oh Gott. Ja. Ja. Oh, Mist, der Donut hat. Lecker. Man kann aber auch Mist, äh, 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 okay. Wie hübsch die sind, ne? Ist ja aber keine Japanerin, oder? Mit den Augen. Ja. Alles klar. Ja, hier. Soll ich nicht hier von Tattoos sein, oder so? Ah! Okay, alles klar. Ja, die hat schon wieder Hunger. Geil. Oh, geiles Ding, das ist einfach gefällt mir. Ich weiß nicht, was das mit Möhr zu tun hat, aber naja, okay, so ist es halt. Ansonsten waren aber geile Werbungen dabei mit Tieren, das kommt eigentlich immer gut an. Ansonsten bei den anderen Werbungen hast du sehr oft sehr geile IPs dabei gehabt, so mit Anime und so weiter. Aber hey, mit Hunden und Katzen und allem drum und dran und Seeottern, Seeottern, oder das? Äh, haben die es eigentlich auch ziemlich drauf. Und ich bin traurig, dass ich nicht in Japan bin. Ihr vielleicht auch. Ich würde sagen, schreibt mir in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat von der Werbung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sayonara!